hier und wieder mal herzlich willkommen bei jojo spielt minecraft so wir haben jetzt die maschine funktioniert da oben wir haben da ein servo rein gemacht dann haben wir hier so ein da wird so gekraftet und wir wollen jetzt ein servo nicht den drill da brauchen wir noch was dafür da muss ich mal gucken was ich jetzt für diese steine brauche da brauchen wir viel servigmaschinen da brauchen wir wieder ein pink slime den werden wir uns jetzt mal holen machen wir gleich da oben ich hoffe dass ich dann auch ein kriege oder zwei oder drei dann kann ich mir gleich die maschine bauen und es ist sonne wunderbar dass einmal hier rüber dann müssen wir gleich noch bauen und dann immer pink slime da rein machen also diese flüssigkeit bis ich ein kleinball hat wir müssen hier lang ja dass wir sich noch ein bisschen umbauen hier alles so h da war schon viel drin dann bauen wir hier jetzt das loch rein und in der hoffnung dass hier auch ein pink slime kommt der mir das dann auch gibt dann müssen wir ein bisschen warten wir können aber schon mal noch einen holen braucht das licht oder kein licht das wird es uns gleich wie voll ist der dann hier wir wollen den erstmal hier hin machen wo der ist aber leeren und jetzt gleich vor wo da ist der slime hoffentlich gibt er mir einen jetzt wir sind hier an der quelle von daher und kein gegeben ok dann holen wir mal noch ein und machen hier noch ein loch dann machen wir hier noch ein loch und hier noch ein loch und taunen die alle voll jetzt einer muss doch gehen ok und jetzt warten wir mit dem schwert kommen meine flamies noch ein bisschen fackeln nee haben wir nicht die werden gleich alles auf einmal trocken gehe ich jede wetter oder muss noch einer kommen weil wir brauchen die und das ist wichtig und hier habe ich dann mittlerweile wir bleiben mal lieber hier oder sind reichlich ja das ist schon in ordnung was ich hier habe weil die tank sind voll oh hier 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 der ist als erstes vielleicht ein diamantenschwert ja ich habe aber wir werden die anderen beiden auch noch machen oh jetzt war hier nicht der ich habe noch ein wo ist der andere da wo bist du denn jetzt sind beide jetzt aber ich habe genug also die töten mich noch nicht wunderbar und dann können wir auch die maschine fertigstellen ja vier stück haben wir jetzt nichts drin ja das sollten reichen vier stück einmal hier runter und dann können wir loslegen den trill da ist er erst mal diese und dann brauchen wir die hier was wird man da das sind rechts und links oben hier habe ich doch auch reingelegt ne oh wir haben keinen strom wir haben keinen strom mehr ok das heißt wir müssen strom kappen geht es nur um wir haben nach oben gekappt äh irgendwas stimmt hier nicht ich weiß schon woran das licht der baut ja nichts mehr ab hier wir brauchen hier strom gut dafür die haben und das produziert wieder strom ok wir haben wieder strom so wir wollten die maschine produzieren ja dann haben wir ein fluid serving so ach da brauche ich ja noch ein schlafen dann müssen wir mal wieder nach oben gehen aber wir sollten vorher schlafen und wir müssen gucken dass wir unser strom wieder gange kriegen joch das ist nicht so einfach ich brauche jetzt nur ein slimeball mehrere ich brauche ein werde mal noch ein servo mitnehmen servo aber wir haben um kein strom ja also das ist ja dann wo rote eine kabel conduit ich brauche ein da ist er ich hoffe dass der reicht dann können wir wieder strom produzieren extra kraft und modus er hat sich draus wunderbar so dann haben wir wieder strom und dann können wir auch wieder anschließen und dann sollte der aufsteigen ja ja wir machen minus wir brauchen erstmal wieder ein öl und ein ferment das mache ich jetzt als erstes ferment da haben wir dann machen wir gleich fünf stück 1 und käsin das ist auch gut käsin ok da haben wir jetzt mal holz rein ein stack wieso ist hier alles kaputt ok das kann euch verloren gehen hauptsache es geht wieder hier rein gucken wir mal fünf wollte ich noch vier noch gehen und 234 und ein fünften noch dann brauche den öl generator dann nehmen wir auch mal fünf stickies ok 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 haben wir die noch hier mit rein und gehen noch dann müssen wir mal ordentlich hier was machen und stickies ok er folgen wir die stickies kriegen 1 2 3 3 4 5 und 2 3 was fehlt da auch hier an einem käs ach da bräuchte man mehr stimmen so ich habe jetzt 233 wunderbar wie hieß der jetzt hier das war der canola press kann super ja auch gleich hier noch da fehlt da denn okay dann müssen wir mal hier kurz gucken wo haben wir jetzt hier nicht okay dann müssen wir an den rucksäcke gucken dort sind quarts dann immer noch hier das kann ich ja was schmeißen nach die dort ach da haben wir noch kohle drinnen 39 das sollte reichen so kann oder press haben wir nicht das tauschen wir mal wir können den aber schon mal fertig machen für den hier auch wieder funktioniert bringen dann müssen wir später ja da verbrennt wunderbar und er ist auch wieder voll wunderbar den restlich dann erstmal hier rein hier oben am besten ich brauche noch ein den also da bräuchte ich ja noch den hier das sollte reichen jetzt ein brauche ich ein brauche ich so jetzt sollten wir die noch kraften können ja schon haben wir auf eine canola press wieder gehen wir hier oben mit rein und muss dann nur noch kabel machen und dann können wir das verlegen wir haben jetzt schien okay wenn wir mit dabei nein da sollten wir noch holen schnell nach unten okay wir brauchen nur drei wir wollen jetzt mal als sparsam umgehen servo brauche ich dann noch vielleicht funktioniert auch ohne servo mal gucken ich denke mal ich muss dann servo bauen jetzt funktioniert auch die baum fahren so der strom jetzt brauchen wir den hier noch und da können wir das dicht machen der fühlt sich wunderbar dann machen wir jetzt erstmal hier alles dicht und servo habe ich auch schon gebaut hey cool aber müssen auch noch alles dicht gemacht werden und vernünftiger zugang überall was sind das denn hier ja dann brauchen wir noch ein servo wunderbar es läuft so denn den einmal wieder wir brauchen noch einige das schwert brauche ich der ging aber relativ schnell die haben auch lange leben muss ich sagen du gib mir jetzt habe ich hatte doch mehr gehabt ein herrn wir schon wieder wir wollen unseren drill fertig kriegen kommt mein drill ich warte auf dich ich brauche vier stück hat nichts gibt hier ist nur eine das war auch nicht so einfach hier da kommt der nächste schon ja der hat schon was getroppt ich muss gleich gucken was hat er getroppt wie viel ich habe braucht vier stück und dann habe ich mein drill ich habe eine fackel abgebaut ich habe die neuen monster spawned jetzt so kommt doch hier wort man 12 ich habe nur zwei habe ich das vielleicht einen sack getan ich habe auch nichts okay dann müssen wir noch zwei trocken mal drei hier okay jetzt warten wir wieder und kommen jetzt ich nehme mir zwei trocken möchte steine rein oder irgendwas dann brauchen die ja nicht mehr ok 3 ok ein noch ein noch da müssen noch ein bisschen warten und dann haben wir unseren trillen der ist leer so was ist da los wieso wächst der denn nicht habe ich hier was an anderer einstellung der zirbel ja der hat doch schon genommen ok hauptsache der ist voll oder gehen die nicht ganz voll oh da habe ich aber eine überraschung gekriegt ich gehe jetzt mal hier hin kommt tropf tropfen ja einen bitte ja ich habe vier dann können wir hier dicht machen ach zu spät der ist auch gleich tot da können wir nach oben gehen wieder und er hat aber nichts getropft aber es reicht nach unten müssen wir sind verkehrte loch rein jetzt muss ich alle sachen erstmal vom trill hier haben das kann hier mit rein ich brauche jetzt platz 4 ok den brauche ich da 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 brauche ich hier sollte reich ich da möchte sonst noch mal gucken arrogant ach die das brauche ich das mal und inde und glaspanel das war das verkehrte glas dann müssen wir mal gucken jetzt die lens ok ja und 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 nein wir brauchen nur bohnenmehl bohnenmehl jetzt brauchen wir aber glasen hier haben wir doch roman für die maschine haben die brauche ich jetzt ja da haben wir den apfel kann weg die maschine da dann jetzt acht los tun profil los tun ich doch hier 34 jetzt haben wir die das wird jetzt da wird noch was block auf euren euren käse ok da sind die doch hier ist unsere maschine so dann wollen wir die einmal auf wo ist denn die maschine die ladestation wie hieß die denn hier ist sie doch oder geht da richtig viel rein so dann machen wir die folge zu Ende in der nächsten folge die komm wer gerade können wir ihn mal ausprobieren Bis zum nächsten Mal.